Der Engländer John Locke veröffentlichte 1689 ein bedeutendes staatstheoretisches Werk, nämlich die Two Treatises of Government, und in diesem Werk sollte er als erster bedeutender Vertreter die Gewaltenteilung vertreten. Anders als bei Montesquieu, und wie wir das heute kennen, mit den drei Gewalten gibt es bei John Locke im Wesentlichen zwei Gewalten, aber was wichtig ist für John Locke, er trennt. Zum ersten Mal Legislative und Exekutive. Und in diesem Video wollen wir uns einmal die Staatstheorie von John Locke etwas genauer anschauen, und wir werden das gleich tun. Ich will an dieser Stelle nur mal auf andere wichtige Staatstheoretiker verweisen. Dazu zählen vor John Locke zum Beispiel Jean Baudin oder Thomas Hobbes, und nach John Locke sind es zum Beispiel auch noch Montesquieu und Rousseau. So, und zu all diesen Staatstheoretikern gibt es auch entsprechende Videos zu ihren Staatstheorien, und unten in der Beschreibung findet ihr die entsprechenden Verlinkungen zu diesen Videos. Dort wird auch angegeben in runden Klammern, wann diese Videos veröffentlicht werden oder veröffentlicht worden sind, damit ihr wisst, ob das Video schon verfügbar ist oder nicht. Ihr könnt aber auch die Infokarte benutzen, die es zu diesem Video gibt. Gut, jetzt können wir einsteigen, und ich will das, wie bei den Videos zu Baudin und Hobbes, damit machen, indem ich ganz kurz etwas zur Person des John Locke sage und euch ein bisschen darüber informiere, in welcher Zeit er gelebt hat. Also, John Locke wird am 29. August 1632 in Wrighton geboren, und er lebte bis zum 28. Oktober 1704 und ist in Oates verstorben, also in England geboren, in England verstorben, aber er war zeitweise nicht in England gewesen, und das hing damit auch zusammen, dass er nicht der größte Freund der Monarchie war. 1689 wird dann also sein Werk veröffentlicht, das wir hier genauer analysieren wollen, und John Locke hat in einer Zeit gelebt, in der die Monarchie in England zeitweise sogar abgesetzt war. Also, er ist 1632 geboren worden, hatte ich gesagt, und es gab den englischen Bürgerkrieg von 1642 bis 1649. Das heißt, als John Locke etwa zehn Jahre alt war, bricht dieser Bürgerkrieg aus, er endet, als er 17 war, also, das heißt, die politischen Ereignisse wird er schon ganz bewusst wahrgenommen haben, vor allen Dingen das Ende dieses englischen Bürgerkrieges, nämlich die Hinrichtung von Charles I, also Karl I. am 30. Januar 1649. England wurde daraufhin Republik, also die Monarchie war abgeschafft, und diese Republik sollte allerdings nicht allzu lange halten. 1653 kommt Oliver Cromwell an die Macht, und er herrscht im Stile einer Militärdiktatur, und nach dessen Tod kann England die Republik nicht mehr behalten, die Republik geht wieder zu Ende, und ein Monarch ist wieder an der Spitze des Staates, und das ist Charles II. 1660 also wird er Herrscher über England, aber die Monarchie hat ganz klar an Macht und Stärke eingebüßt, durch diesen englischen Bürgerkrieg. Das sind also alles wichtige Ereignisse, die Locke geprägt haben, und jetzt schauen wir uns mal an, was seine Staatstheorie ausmacht. Und wie bei den anderen Videos zu den Staatstheoretikern und den Staatstheorien ist es so, dass ihr unterhalb des zweiten gezogenen Striches Zitate findet aus den entsprechenden Werken, in denen ihr gewisse Dinge nochmal nachlesen könnt, die in den Spiegelstrichen so angegeben werden. Nun, das erste ist, dass Locke ähnlich wie Hobbes auf den Begriff des Naturzustandes zu sprechen kommt, also den Zustand, in dem die Menschen noch nicht in einem Staatsgebilde gelebt haben, sondern eigentlich jeder für sich. Und die Frage ist, wie ist dieser Zustand? Hobbes beantwortet ihn ja sehr drastisch, es gibt einen Kriegszustand, Mensch gegen Mensch, alle gegen alle. Bei Locke ist es so, dass dieser Zustand nicht ganz so negativ gezeichnet wird. Allerdings gibt es jetzt einen Nachteil bei diesem Naturzustand. Solange alle friedlich leben, ist ja alles gut. Aber was ist, wenn einer versucht, Gewalt über einen anderen zu bekommen, Macht über einen anderen zu bekommen und damit Unrecht begeht? Dann, sagt Locke, gibt es ein Problem, denn es gibt keine irdische Instanz, die man zu seinem eigenen Schutz anrufen könne. Und deswegen würden Menschen also den Naturzustand aufgeben und sich in einem Staatsgebilde zusammenfinden, um eben Schutz zu finden. Das ist also dann doch ähnlich wie bei Thomas Hobbes. Dieses Zitat ist eigentlich ganz interessant, deswegen lese ich es auch mal vor. Also wenn Sie, das heißt die Unschuldigen, die jetzt Gewaltanwendungen erfahren, wenn Sie keine Instanz auf Erden haben, die Sie anrufen könnten, dass sie Ihnen zu Ihrem Recht verhelfe, bleibt Ihnen in solchen Fällen als einziger Ausweg, den Himmel anzurufen. Diesem Zustand des Krieges zu entgehen, in dem man allein den Himmel anrufen kann, und der leicht das Ergebnis jeder kleinsten Streitigkeit ist, wenn es keine Autorität gibt, die zwischen den streitenden Parteien entscheidet, ist ein Hauptgrund, dass sich die Menschen zu einer Gesellschaft vereinigen und den Naturzustand verlassen. Also, wie auch bei Hobbes wird gesagt, das Staatswesen ist also ein Zustand, oder ein Staatswesen hilft dabei, Sicherheit zu haben, und die Gefahren des Naturzustandes zu überwinden. So, Es gibt dann noch ein zweites Zitat, das auch nochmal ganz interessant ist, und nochmal die Notwendigkeit des Staatswesens hervorhebt, und auch dieses lese ich mal vor, jener eigenartigen Lehre, dass im Naturzustand ein jeder die vollstreckende Gewalt des Naturgesetzes innehabe, wird man sicherlich entgegenhalten, es sei nicht vernünftig, dass die Menschen in eigener Sache Richter seien. Die Eigenliebe werde sie sich selbst und ihren Freunden gegenüber parteiisch machen. Auf der anderen Seite ließen sie ihre Bosheit, Leidenschaft und Rachsucht in der Bestrafung anderer das rechte Maß überschreiten, sodass nichts als Verwirrung und Unordnung die Folge sein werde. Und Gott habe sicherlich Regierungen eingesetzt, um der Menschen Parteilichkeit und Gewalttätigkeit in Schranken zu halten. Kurzum also, in einem Staatswesen gibt es also feste Gesetze, Gesetze, die für alle gelten, Rechte, die für alle gelten, Gesetze, die neutral sind, oder zumindest sein sollen, und somit wird auch jeder so abgeurteilt, wie es aus neutraler Perspektive, aus objektiver Perspektive der Fall sein sollte. Wohingegen im Naturzustand es so ist, dass man eben Freunde bevorzugen könnte oder würde und Feinde dagegen nicht mal Recht zusprechen würde, selbst wenn sie Recht hätten. Das also ist auch ein weiterer Grund dafür, dass es ein Staatswesen gibt. Und jetzt natürlich die Frage, wie kommt es noch genauer zu diesem Staatswesen und wie sieht das dann aus? Und interessant ist natürlich, wie auch bei Hobbes, nämlich hier kommt es zu einem Gesellschaftsvertrag. Menschen gehen nämlich einen Gesellschaftsvertrag ein, der eine Regierung legitimiert, die sich, und das ist ein wichtiger und zentraler Unterschied zu Hobbes, die sich an die Gesetze halten muss. Bei Hobbes war das der Fall, dass die Regierung losgelöst war, absolutistisch war von den Gesetzen. Also diese Regierung konnte auch tyrannisch herrschen. Bei Hobbes ist das dann so, zudem kann diese Regierung dann abgesetzt werden, wenn sie zum Beispiel nicht dem Willen der Mehrheit der Menschen entspricht oder Gesetze überschreitet. Diese Absetzung könne auch mit Gewalt erfolgen. Oder wie es unten in dem Zitat heißt, und hier kürze ich es mal ein bisschen, und wer immer in Ausübung von Amtsgewalt seine gesetzlichen Kompetenzen überschreitet, und so weiter, um Untertanen etwas aufzuzwingen, was das Gesetz nicht erlaubt, hört damit auf, Obrigkeit zu sein. Er handelt ohne Autorität, und man darf sich ihm widersetzen, wie jedem anderen Menschen, der gewaltsam in die Rechte anderer eingreift. Das ist also ganz wichtig im Unterschied zu Thomas Hobbes. Wenn also die Regierung ihre Kompetenzen überschreitet, tyrannisch wird, dann muss man ihr nicht mehr gehorchen, dann kann man sie sogar absetzen. Und das bedeutet also, wir haben es hier nicht mit einem absolutistischen Staatswesen zu tun, und das wiederum bedeutet, dass zum Beispiel ein König, wenn er an der Spitze dieses Staates stehen würde, sich auch an die Gesetze zu halten habe. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Zitat, nämlich ist natürlich klar, die Frage tut sich auf, welche Staatsform ist überhaupt möglich, welche hält Locke für möglich, welche bevorzugt. Locke, gibt es da überhaupt eine, die da genannt wird, die er bevorzugt. Und da muss man sagen, zunächst einmal ist es wie bei Hobbes auch egal. Es kann jede mögliche Staatsform sein, auch wenn zum Beispiel Locke in der Demokratiedefizite sieht. Aber zunächst heißt es, in diesem Falle ist die Regierungsform eine vollkommene Demokratie. Das bezieht sich auf das, was vorher gesagt wird. Sie, das heißt die Gemeinschaft, kann aber auch die Gewalt, und mit Gemeinschaft ist das Volk gemeint, oder die Bürger, je nachdem. Also die Gemeinschaft kann aber auch, die Gewalt gesetzt zu geben, in die Hände einiger ausgewählter Männer und deren Erben oder Nachfolger legen, und dann ist sie eine Oligarchie, oder aber in die Hände eines einzigen Mannes, und dann handelt es sich um eine Monarchie. Wird sie ihm zusammen mit seinen Erben übertragen, so ist sie eine Erbmonarchie, wenn aber nur auf Lebzeit eine Wahlmonarchie. Und dementsprechend kann die Gemeinschaft nach belieben, zusammengesetzte und gemischte Regierungsformen bilden. Von einem Staat will ich allenthalben nicht eine Demokratie oder sonst eine Form der Regierung verstanden wissen, sondern jedwede unabhängige Gemeinschaft. Also Staat ist unabhängig von der Staatsform. Und wie gesagt, es gibt alle Staatsformen, erst einmal die Lok für möglich hält. Je nachdem, wie also die Gemeinschaft sich entscheidet. Und wenn zum Beispiel man eine Wahlmonarchie hat, der König verstirbt, dann sagt Lok, kehrt die ganze Gewalt erst einmal zum Volk zurück, und das Volk kann dann von Neuem entscheiden, wem sie jetzt die Macht gibt. Also bleibt sie dabei, eine Monarchie zu sein, dann wird also wieder jemand zum König erhoben, oder sagt sie, naja, wir haben jetzt keine Lust mehr auf einen König, der hat uns vielleicht nicht so gut gefallen, oder wir finden es momentan besser, wenn wir eine Oligarchie oder eine Demokratie hätten, dann wird das also entsprechend anders geregelt. Und jetzt ist noch ein wichtiger Punkt der Punkt der Gewaltenteilung. Lok spricht sich nämlich für eine Gewaltenteilung in Legislative und Exekutive aus. Es gibt bei Lok noch die Prärogative und die Föderative, aber im Grunde kann man sie der Legislative und der Exekutive zuordnen. Und hier sei auch nochmal auf ein Zitat verwiesen, weil aber die Gesetze, die auf einmal und während kurzer Zeit geschaffen worden sind, von beständiger und dauernder Gültigkeit sind und fortwährend vollstreckt oder befolgt werden sollen, ist es nötig, dass es eine dauernd im Amte befindliche Gewalt gibt, die darauf zu achten hat, dass die erlassenen und in Kraft bleibenden Gesetze vollzogen werden. So geschieht es, dass die Legislative und die Exekutive Gewalt oftmals getrennt sind. Das heißt, erstmals gibt es so etwas wie eine Gewaltenteilung. Sie muss so erst einmal in der Staatsform nicht sichtbar sein. Es ist also auch denkbar, dass zum Beispiel ein Monarch sowohl Inhaber der legislativen als auch der exekutiven Gewalt ist, aber Lok unterscheidet diese. Und wenn wir jetzt also ein Schaubild erstellen wollen, dann müsste es in etwa so aussehen. Also ganz unten steht das Volk oder die Menschen. Diese gehen einen Gesellschaftsvertrag ein und durch diesen Gesellschaftsvertrag werden jetzt die Legislative, das heißt die Volksvertreter, und die Exekutive, das heißt die Regierung, legitimiert. Die Volksvertreter und die Regierung können getrennt sein, müssen es nicht. Es hängt von der Staatsform ab. Die Volksvertreter können zum Beispiel ein Parlament sein, bei einer Demokratie. Es können Oligarchen sein oder es kann auch ein Monarch sein, je nach Staatsform also. Und es sind theoretisch noch weitere Möglichkeiten denkbar. Und wie gesagt, Volksvertreter und Regierung müssen nicht das Gleiche sein. Die Volksvertreter als Legislative haben die Aufgabe, Gesetze zu erlassen und gegebenenfalls aufzuheben. Und jetzt kommt eben das Wichtige. Diese Gesetze, die hier beschlossen werden, gelten nicht nur für das Volk, sie gelten auch für die Regierung und für die Volksvertreter selbst. Keiner steht mehr über dem Gesetz, alle unterliegen diesem. Das ist ganz wichtig hier bei John Locke. Also zwei Dinge, die man eigentlich am Ende dieses Videos festhalten muss zu John Locke, im Unterschied zum Beispiel zu Hobbes und auch im Unterschied zu Bourdin. Was sind hier die Neuerungen, die Neuheiten? Also erstens, jeder steht unter dem Gesetz. Es gibt also keine absolutistische Herrschaft bei Locke und zweitens, die Trennung von Exekutive und Legislative, zumindest vom Namen her. Anders als zum Beispiel Montesquieu, aber hält Locke es für nicht schlimm, wenn Legislative und Exekutive in der Hand derselben Person oder derselben Personengruppe sind. Das soll es zu John Locke gewesen sein und wie gesagt, unten in der Beschreibung oder in der Infokarte findet ihr die weiteren Videos zu dieser Videoreihe zu wichtigen Staatstheorien aus der frühen Neuzeit.